Wahrscheinlich, naja sehr wahrscheinlich ist ehrlich gesagt gar nichts bis jetzt Also ich würde sagen 50 50 kann sein, kann aber auch nicht sein Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre bei mir so, naja ist halt ziemlich sicher Aber ziemlich sicher, weiß nicht ey Wann kommt der Trailer? Naja, heute ist E3 Nintendo Ob da was kommt, weiß ich auch nicht Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Scheiße, die hat jetzt das Ei geklaut Ich glaube ich habe jetzt falsch gedrückt, oder? Oh ne, ich hatte schon 5 Eier, achso Wird da Arenen auch besser finden Ähm Ja, danke für den Follow gerade, ne? Äh, ja, vielleicht kommt da wieder ein Poke-Trailer, aber ich weiß es nicht genau Das war das Shiny Ist das Ei jetzt weg? Das ist ja scheiße Echt? Das geht? Oh, das wusste ich gar nicht Naja, geil, äh Super Das ist ja dumm, äh Anstatt dass die mir das mal kippt, die alte Ja, das ist ja geil Ja, das ist ja geil Ja, das ist ja geil Man muss da einfach mal bei Twitch dann auf E3 klicken Das ist glaube ganz oben 18 Uhr Ja, ja, passt Es soll ja aber ne alternative Story sein, also Heißt das für mich übersetzt das Spiel zeitgleich und nicht äh In der Zukunft Sonst wäre es ja ne Fortsetzung Dann braucht man ja aber das alternative Story-Wort nicht benutzen Ist sogar bei Empurne Kanäle, nice Bei Boats gab es auch einen Encounter Da habe ich Soft Presented Das war noch bei Tag 12 oder so Bevor ich äh Gesehen habe ob es Shiny war Ähm Keine Ahnung Da werde ich auch nie erfahren ob es das gewesen wäre Das war noch bei Keine Ahnung bei 1000 oder so Ja, ja Richtig mäh Wir wissen es nicht ey Ich sag einfach es war es nicht Da schlaf ich besser ey Da ist es doch Leute Scheiß auf das Ei Da ist es Shiny Mimigma Ich habe gerade aus Versehen den Ei weggedrückt Das war es Scheiß drauf da ist es doch Geile Scheiße hier Was ist da los Shiny Eiweide Da ist es doch ich hab's Ich hab's Ich darf nur nicht den Scarlett machen Nur nicht den Scarlett machen Leute Und wieder eine schnelle Eier Serie Erste Mal war Voltila mit 200 Das zweite Mal Evoli mit 100 Und jetzt 279 Ist okay was ich sagen Ist okay Shiny Mimigma Nice So ein Ei habe ich trotzdem noch Mal gucken Mal gucken was das wäre Weil es kann ja sein dass ich zwei Shinies habe Ist zwar sehr unwahrscheinlich aber Ich sprühe das letzte Ei auch noch aus Das ist ein normales Okay So dann schauen wir uns Mimigma an Bitte sei gut ey Wir sind eigentlich alle gut Aber ja Ein perfektes wäre schon irgendwie sexy ne Aber es muss ja äh Theoretisch das hier sein Ja das ist es Shiny Es hat folgende Werte Es ist genau wie bei Wie immer wenn ich äh Shiny Hand betreibe Genau Falsch rum Also der Angriff darf eigentlich nicht Schlecht sein Das heißt ich muss einen Kronkorken drauf bauen Macht aber nix ich hab genug Mhhh schade Aber wir wollen nicht jammern Wir haben einen Shiny Mimigma gebrütet Daumen hoch dafür Voll gut Ein Silberkronkorken und die Sache ist gegessen Genau Genau Nö Jaw Jungs Kör لا